Wenn man die neuen Technologien gut einsetzt, können sie auch die Arbeit für die Arbeitnehmenden erleichtern. Zum Beispiel kann das Pflegepersonal mit Robotern die schweren Leute einfacher heben. Aber die neuen Technologien führen zu viel Stress. Gerade die elektronischen Technologien, da verwischt sich die Arbeit und die Freizeit. Man muss ständig erreichbar sein, die Arbeitsdichte nimmt zu und gerade dort braucht es wirklich gute Regelungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017